Hi Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becci und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Wir werden heute Wähle nicht die falsche Tür auf Roblox spielen. Schaffe ich es nicht zu rufen? Ich glaube eher weniger. Aber mal schauen, wie das Ganze enden wird. Auf jeden Fall stelle ich mir das sehr unheimlich vor. Und da das letzte Mal wieder sehr gut bei euch ankam, dass ich drei von euch ende und auf meine Freundesliste packe, werde ich das einfach mal wieder tun. Also wenn ihr Lust habt, auf meiner Freundesliste zu landen, dann lasst gerne einen netten Kommentar da. Darüber würde ich mich mega freuen. Mit euren Roblox-Namen natürlich. Nicht vergessen, Leute, damit ich euch auch finden kann. Vielleicht seid ihr das nächste Mal auch mit dabei. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke und lasst unbedingt einen Daumen nach oben, damit ihr Bock habt, wieder auf eine 24-Stunden-Challenge in Roblox. Bei 5000 Daumen nach oben gibst du die nächste und ich würde sagen, let's go! Okay, es klingt schon mal ein bisschen creepy hier, die Musik. Und es sieht auch creepy aus. Jemand wurde geuft von Siren Head? Jemand hat es geschafft in fast 15 Minuten. Okay, wow. Ähm, werden wir jetzt hier zugespampt oder was ist das? Ja, auf jeden Fall sind wir mitten im Nirgendwo. Hier oben scheint der Mond. Sieht sehr gruselig aus. Hier freut sich jemand, uns zu sehen. Hüpfen wir mal mit. Und, äh, welche Tür sollten wir wählen? Ich weiß es nicht. Ja, tolle Hilfe. Wow. Richtig wow. Wähle eine Tür. Eins, zwei oder drei. Ich glaube, ich würde sagen, wir nehmen die Nummer eins. Ist es richtig? Oh mein Gott, ist es richtig! Und jetzt müssen wir hier rüberspringen. Ähm, schaffe ich das? Ich hoffe es. Wow, die Steine bewegen sich. Nicht schreien, Becky. Leise schreien. Nicht vergessen. Oh mein Gott. So knapp. Oh mein Gott. Wow! Warum musste ich aber eine U-Fan? Das lief so gut für mich. Okay, ich habe es geschafft. Ich glaube, wir sollten mal eine Tür hier auswählen. Welche denn? Eins, zwei oder drei sieht gut aus. Obwohl, kann man dem roten Loch hier trauen? Nehmen wir einfach mal Nummer drei. Und, äh, können wir da reinspringen? Wo bin ich gelandet? Nein! Ah, Slickern! Alter, was ist mit mir los? Okay, das war gruselig. Das war wirklich gruselig. Ich hoffe nicht, dass ich allzu sehr schreie, Leute. Aber mit den Kopfhörern höre ich mich fast gar nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Okay, ähm, was ist es dann für eine Tür? Eins wieder? Sollen wir nochmal eins nehmen? Ich hole mich nicht Piggy. Wir haben schon wieder ein rotes Loch hier. Oh, da wartet jemand auf uns. Und ich höre einfach mal Granny. Alter, das hört sich so eklig an. Ich will nicht Heidenstik mit dir spielen, du Oma. Alter, schaffe ich es? Einfach mal durchrushen. Oh, 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 nein. Das war gar nicht gut. Okay. Okay, jetzt wird es interessant, Leute. Kriege ich das hin? Da bin ich super schlecht drin. Äh, vor allem, wenn ich nervös bin. Alter, ich hüpfe nicht mal. Obwohl ich hüpfen drücke. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Okay, eins, zwei oder drei, ich... Oh mein Gott, da kommt jemand raus, ich nur Nummer drei. Es war richtig. Wow. Äh, wir haben hier ein Feld voller... Und wir haben es geschafft. Okay. Alter, irgendjemand ist hier explodiert. Okay, äh, ganz normal. Müssen wir jetzt das richtige Loch im Knast wählen? Wow, okay. Ich bin einfach mal dieses Loch hier. Äh, hallo? Sind wir richtig? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was bist du denn? Hat uns gerade irgendwie ein süßes Getränk geuft? Was zum... Maximale Sicherheit von wegen. Das stand da gerade. Okay, wir gehen jetzt hier mal... Alter, ist das am Knatschen, diese Tür? Richtig am Quietschen. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh mein Gott! Alter, wie kann man so oft... Ich wurde von Jeff geruft. Steht da sogar. Okay, Leute, ich gehe nach oben. Ich habe die Schnauze voll. Und gehen wir, ähm, vielleicht ganz nach hinten. Warum folgst du mir, Bacon? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mir zu folgen. Ich habe keinen Plan. Wow. Nein. Ah, Siren Head! Zwei Siren Head! Und tschüss! Wo war ich vorhin drin? War ich hier ganz links drin? Oh nein, Bolli! Eiskalt geruft worden von ihm. Okay, das war auch nichts. Wow. Okay, langsam habe ich alle durch. Okay, ich folge dir. Ich folge dir, Mädel. Mal gucken, wo es hier hingeht. Wie endet das für uns? Warte, ist das der Ausgang? Warte doch, das ist ein Loch. Tada! Geschafft! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Okay, jetzt müssen wir los. Jetzt los, jetzt los, jetzt los. Was ist los? Schaffen wir es? Yes! Okay, cool. Wir haben es geschafft. Was steht hier? Ich bin so durcheinander. Okay, das heißt wohl, wir müssen hier wahrscheinlich durch sämtliche Türen, bis wir die richtige Tür finden, den richtigen Ausgang, sieht sehr durcheinander aus. Okay, da werde ich in real life auch verwirrt. Leute, ich habe es einfach mal auf alle gibt geschafft. Wie kann man so viel Glück haben? Wie geht das? Oh nein, sowas hasse ich. Oh nein, was ist das? Das schreit nach Ufen! Ah, ich habe es geschafft. Oh mein Gott! Ich habe es geschafft. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass Becky das schafft. Okay, jetzt durchrushen. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Ich bin verwirrt. Oh mein Gott! Warum kann ich nicht durchjumpen? Ich wollte durchjumpen. Yes! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Boah! Alter, das war gerade Stress pur. Okay, was hat er hier zu sagen? Wo habe ich den Schlüssel hinterlassen für die Tür? Er müsste irgendwo hier rumliegen. Okay, wir haben Piggy hier. Wo ist der Schlüssel? Zu der Tür. In irgendeiner anderen Tür? Können wir hier raus? Was ist das? Warte, hier ist ein Tresor. Nein, hier sind Piggy's! Oh nein! Oh mein Gott, ich kann nicht weglaufen, Leute! Haben wir hier einen Schlüssel? Hier läuft jemand die ganze Zeit rum. Im Badezimmer hat er es ins Klo gestopft. Hallo? Ist der Schlüssel im Klo gelandet? In der heiligen Waschmaschine? Da, 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 da! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Er war in der heiligen Waschmaschine. Ich habe doch das gesagt. Da ist alles sicher. Okay, Leute, ich mache schon auf. Keine Sorge hier. Keine Panik. Oh, Alter, was ist das für ein Kuddelmuddel hier? Voll das Gewusel. Okay, äh, schaffen wir das? Hier ist jemand gerufen. Ah! Ich habe Angst. Ich habe es geschafft! Yes! Das sieht alles so gleich aus. Äh, ja, würde ich auch sagen. Äh, welche Tür nehmen wir? Zwei? Zwei spricht mich an, aber ich glaube, es ist falsch, oder? Ja, ich wusste es doch. Alter, was ist das denn? Alter, was war das? Okay, was ist das hier? Floors Lava. Okay, das schaffen wir, oder? Solange ich meine Steuerung rumspinne. Und hier... Nein! Ich muss mal eben meine Optik hier ändern. Wieso geht das nicht? Okay, schön an die Ecke laufen. Oh mein Gott. Hallo? Ich bin doch drauf gelandet. Ich fühle mich unfair behandelt hier. Oh mein Gott! Jetzt aber. Die warten auch alle auf mich. Und ihr denkt euch wahrscheinlich auch schon so. Was ist los mit dir? Wie lange braucht sie bitte? Jetzt müssen wir in einer der Fahrstühle. Okay, sollen wir da alle mal rein? Zusammen rein. Zusammen ist besser. Oh mein Gott, das ist... Ja. Der Fahrstuhl des Grauens. Oh mein Gott! Fahren wir an allen vorbei? Oh mein Gott! Slenderman! Oh mein Gott! Patty Wives! Ich habe eins. Nein! 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 Was soll das denn? Okay, ich nehme den hier. Ich hoffe nicht, dass es der falsche ist. Komm Leute, wir nehmen den hier. Oh mein Gott. Ich hoffe für mich, dass es nicht der falsche ist. Nein, das ist einfach nur gruselig. Ich höre Pennywise. Bitte lass uns nicht hier stehen bleiben. Nein! Pennywise! Alter! Was soll das denn? Okay, Nummer eins war mal wieder der Richtige. Toll. Es ist immer Nummer eins irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder fast immer. Alter, ich hasse diese Clownsmusik, ne? Ich hasse sie. Voll gruselig. Wer hat auch Angst vor Clowns? Der macht mal jetzt ein Clown-Emoji unten in die Kommentare. Okay, wo landen wir jetzt hier? Ich sehe hier irgendwie Laser. Hier ist jemand AFK. Okay, nee, sowas kann ich nicht. Ich habe Angst davor. Oh mein Gott. Ich sehe hier gar nichts. Ich warte einfach gechillt ab. So. Geschafft. Oh mein Gott, das sieht voll schön hier aus. Du gehst als erstes und ich folge dir. Alle sind irgendwie durch zwei gegangen und keiner ist mehr aufgetaucht. Also gehen wir auch noch. Ich Nummer zwei. Nummer zwei ist richtig. Obwohl. Die wurden geuft. Nein! Squid Game Kuppe. Toll. Wir hatten doch nicht mal eine Chance. Was ist das denn? Das ist voll unfair. Okay, jemand dreht sich hier. Das ist wohl Nummer drei. Okay, geben wir Nummer drei. Hallo? Ich will hier auch rein. Gigachat. Sack. Nummer drei ist richtig. Mal gucken, ob wir ihn trauen können. Ich weiß nicht. Es sieht nicht ganz so gesund aus. Obwohl. Okay, wir müssen die richtige. Ah! Ah! The Rock hat ihn gesehen. Äh. Nehmen wir Nummer vier. Ah, hier ist der goldene Schlüssel. Wow! Ich hatte Glück gehabt. Aber ich fand irgendwie den kleinen The Rock schon süß, ne? So ein Granny Rock. Okay, kriegt Becky das hin? Alter, die gehen ja runter. Ah! Nein. Ich hab keine Chance. Ich kann das nicht. Ah! Ich hab's nicht. Oh mein Gott. Meine Hände schwitzen so hart. Wo müssen wir hin? Okay, eins, zwei. Alle gehen auf Nummer zwei. Also geh ich auch mal. Ich folge den Leuten hier. Oh, da ist ein Burger. Oh, wow! Wo sind wir denn gelandet? Bikini Bottom? Okay, das sieht nice aus. Ähm. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier lang? Okay, ich folge euch, Leute. Ich vertraue Team Becky. Und? Stimmt es? Oh, wow! Wir sind wirklich im Bikini Bottom! Was? Warum queecht Patrick wie ein verdammtes Queecher-Entchen? Und warum ruft er uns? Und warum hat er überhaupt Muskeln? Ich hab so viele Fragen. Moment, ich geh hier lang. Komm, wir schauen mal hier. Jetzt kommt bestimmt so ein muskulöser Spongebob. Oh, wow! Wir haben es geschafft! Yes! Wir sind fast da! Okay, ich bin gespannt. Wir gehen mal in diese Tür hier. Ich weiß auch nicht. Mein Bauch sagt, geh in diese Tür. Und? Das war richtig. Oh, mein Gott! No way! Haben wir es geschafft? So schnell? Oh, mein Gott! Ich bin sprachlos. Okay, wie cool. In 50 Sekunden? Wie kann man das denn schaffen? Äh, und, 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 und wie hat ein Ohio Friday? Chicken 51 Sekunden brauchen können. Jedenfalls hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr es auch schon gespielt habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so lieb. Bye!